Ich lerne Deutsch. Pferdewirt Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Pferdewirt ist ein Fachmann für die Haltung, Pflege und Ausbildung von Pferden. Der Pferdewirt ist ein Fachmann für die Haltung, Pflege und Ausbildung von Pferden. Pferdewirte arbeiten in verschiedenen Bereichen der Pferdewirtschaft, zum Beispiel in Gestüten, Reitställen, Pferdekliniken oder Tierheimen. Die Aufgaben eines Pferdewirts sind vielfältig und können je nach Fachrichtung variieren. Die Aufgaben eines Pferdewirts sind vielfältig und können je nach Fachrichtung variieren. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört die Versorgung der Pferde mit Futter, Wasser und Stroh. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört das Reinigen der Ställe und Boxen. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört die Pflege der Pferde, wie das Auskratzen der Hufe, das Bürsten des Fels und das Flechten der Mähne. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört die Pflege der Pferde, wie das Auskratzen der Hufe, das Bürsten des Fels und das Flechten der Mähne. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört die Pflege und Ausbildung von Pferden. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört die Pflege und Ausbildung von Pferden. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört die Pflege und Ausbildung von Pferden. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört der Umgang mit Pferden bei Turnieren und anderen Veranstaltungen. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört der Umgang mit Pferden bei Turnieren und anderen Veranstaltungen. Pferdewirte müssen körperlich fit und belastbar sein. Pferdewirte müssen körperlich fit und belastbar sein. Pferdewirte müssen ein gutes Auge für Pferde haben und mit ihnen umgehen können. Teamfähigkeit und Flexibilität sind wichtige Eigenschaften des Pferdewirts. Die Ausbildung zum Pferdewirt dauert drei Jahre und kann in verschiedenen Fachrichtungen absolviert werden. Die Ausbildung zum Pferdewirt dauert drei Jahre und kann in verschiedenen Fachrichtungen absolviert werden. Pferdewirte können nach ihrer Ausbildung in verschiedenen Bereichen der Pferdewirtschaft arbeiten. Pferdewirte können nach ihrer Ausbildung in verschiedenen Bereichen der Pferdewirtschaft arbeiten. Pferdewirte können als Gestütsverwalter, Reitlehrer, Pferdetrainer, Hufschmied, Tierarzthelfer, Pferdepfleger oder Pferdehändler arbeiten. Pferdewirte können als Gestütsverwalter, Reitlehrer, Pferdetrainer, Hufschmied, Tierarzthelfer, Pferdepfleger oder Pferdehändler arbeiten. Pferdewirt ist ein abwechslungsreicher und vielseitiger Beruf, der viel Freude und Spaß am Umgang mit Pferden erfordert. Pferdewirt ist ein abwechslungsreicher und vielseitiger Beruf, der viel Freude und Spaß am Umgang mit Pferden erfordert. Das Gehalt eines Pferdewirts hängt von der Berufserfahrung, der Fachrichtung, dem Arbeitgeber und der Region ab. Das Gehalt eines Pferdewirts hängt von der Berufserfahrung, der Fachrichtung, dem Arbeitgeber und der Region ab. Die Ausbildung zum Pferdewirt wurde in Deutschland erstmals 1935 eingeführt. Die Ausbildung zum Pferdewirt wurde in Deutschland erstmals 1935 eingeführt. Die Ausbildung zum Pferdewirt ist eine duale Ausbildung, die im Betrieb und in der Berufsschule stattfindet. Nach Abschluss der Ausbildung erhalten Pferdewirte und Pferdewirtinnen einen staatlich anerkannten Berufsabschluss. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.